Hallo Leute, heute schauen wir uns an, was eigentlich aus Chia geworden ist. Ja, wir haben uns die letzten Wochen immer mal wieder etwas ältere Krypto-Projekte angeschaut, die damals einen sehr großen Hype hatten. Heute wollen wir uns auf Nachfrage eines Abonnenten von mir, Chia, anschauen. Ja, erstmal kurze Erklärung, was ist Chia eigentlich für ein Coin? Also Chia ist im Prinzip ein POW-Coin mit dem Unterschied, dass hier eben Festplatten zum Mining genutzt werden. Die Idee an sich war auch damals schon nicht neu, auch damals gab es schon Coins, die das genutzt haben. Aber irgendwie hat die Kryptowährung trotzdem damals einen enormen Hype erfahren, auch weil dieses gesamte System eben komplett neu entwickelt worden ist. Und nicht auf dem aufgebaut hat, was damals schon da war. Also wirklich, die Idee war nicht neu, aber sie haben es geschafft, da einen extremen Hype eben draus zu generieren. Wir schauen uns dazu heute an, was eigentlich von diesem Hype noch übrig geblieben ist und wie sich das Projekt so eigentlich entwickelt hat, beziehungsweise auch, welche Neuerungen es seitdem eigentlich so gab. Ja, ich würde sagen, wir starten mal hier in die Dokumentation rein und dann sehen wir schon, ja auch Chia hat hier angefangen mit NFTs. Also wir können jetzt auch auf der Blockchain selbst NFTs kreieren und auch sogar untereinander handeln. Das kann man sich dann gleich nochmal ein bisschen in dem Wallet anschauen. Was ich auch interessant fand, war, dass es eben hier Tokens gibt, die man auf der Chia Blockchain erstellen kann und dass Chia eben auch angefangen hat, hier eine eigene Programmiersprache zu implementieren, die ähnlich der Programmiersprache bei Ethereum ist, sodass hier eben Smart Contracts möglich sind, wobei hier aber es wirklich eine Eigenentwicklung gab. Also ihr merkt schon, rein technisch hat sich das Ganze mehr von der klassischen Kryptowährung eher in die Richtung, ja, Smart Contract Plattform entwickelt, wie das ja auch, ja, diverse andere Projekte machen. Neben Ethereum wollte jetzt Chia so in die Richtung gehen. Wir machen zwar was ähnliches, aber wir bauen das Ganze eben auf einem POW-Algorithmus auf. der Festplatten zum Mining benutzt, was wesentlich energieeffizienter ist, als wenn wir da eben, ja, Grafikkarten oder ASIC Miner nehmen, ja. Das ist so der Hauptpunkt von diesem Projekt. Was hat sich noch getan? Es gibt mittlerweile eine Software, die das GPU-Plotting erlaubt. Dadurch werden diese Plots, die immer auf die Festplatten geschrieben werden, deutlich schneller erstellt. Das soll hier nur noch in 1,5 Minuten möglich sein. Dafür brauchte man in den Anfängen mit der CPU mit nicht so viel RAM, teilweise wirklich Stunden, je nachdem, was man so an Hardware hatte. Das hat man dann dementsprechend optimiert mit sehr schnellen Festplatten, mit möglichst viel RAM und natürlich noch sehr, sehr guten CPU. Und dann hat man diese Werte auch sehr, sehr gut nach unten drücken können. Ja, aber dass es jetzt auch per GPU geht, das ist an der Stelle neu. Okay, wir gucken uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an. Also so sieht jetzt mittlerweile das Wallet aus. Ich muss mir auch erst mal die neueste Version herunterladen. Und ich hatte mir das Wallet angeschaut, bevor ich gesehen habe, was es eigentlich alles so Neues gibt, als ich dieses Video hier vorbereitet habe. Da habe ich so gedacht, oh, schon wieder ein Projekt, was hier was mit NFTs macht. Und was ich dann aber interessant fand, okay, wir können jetzt, also wir haben jetzt so einen integrierten Marktplatz direkt in der Wallet. Das finde ich an sich eine sehr, sehr coole Idee. Sieht man auch nicht so oft bei Projekten. Und ansonsten, ja, hat sich in der Wallet nicht so sonderlich viel getan. Hier gibt es immer noch die Plots. Zu meinen Plots habe ich irgendwie auch keine Schlüssel mehr. Warum auch immer. Ich habe das wirklich, seitdem ich zu dem Thema auch keine Videos mehr mache, habe ich mir das auch nicht mehr so weit angeschaut. Deswegen war das für mich auch in der Vorbereitung alles erst mal ein bisschen neu. Und ich musste hier mich auch erst mal zurechtfinden und das Ganze wieder für mich entdecken. Ja, dieses Pooling, das war ja damals noch so das Letzte, was ich in meinen Videos gezeigt habe. Also, dass man in einem Pool eben joinen kann, damit man nicht ewig warten muss, bis man irgendwann mal alleine beim Farming-Blog findet, sondern dass man das Ganze eben gemeinsam machen kann und so sich die Rewards teilt, wie das auch bei allen anderen Krypto-Projekten schon praktisch fast immer Standard war. Das kam hier ja auch erst im Nachgang dazu. Aber hier hatte ich schon erste Hinweise darauf bekommen, dass sich gar nicht mal so wenig getan hat, wie das bei den Projekten der letzten zwei Wochen der Fall war. Also, an der Stelle war ich, muss ich sagen, schon positiv überrascht. Wir gehen mal weiter. Wir gucken ja auch immer etwas später im Video, wie hat sich eigentlich so der Kurs entwickelt. Ich gucke mir das gerne auf Jahressicht an. Auch hier haben wir den Jahreschart. Wir waren vor ungefähr einem Jahr eben bei 71,20 Euro, sind jetzt hier noch bei 38 Euro, also bei etwas mehr als der Hälfte. Wenn wir uns das Ganze anschauen, vom All-Time-High haben wir 97,85% verloren. All-Time-High war bei 1809,90 Euro. Also ist ähnlich stark eingebrochen wie die anderen Projekte. Aber was denn eben viele jetzt auch bemängelt haben, ja, du musst dir das auch anschauen, im allgemeinen Kontext zu anderen Kryptowährungen, wie sich der Markt generell entwickelt. Deswegen schauen wir jetzt auch mal hier uns das Ganze für den Bitcoin im Jahreschart an. Und der Bitcoin hat von 37.000 auf 20.000, ja, deutlich weniger oder auch ähnlich verloren wie eben Chia, also keine 50% von dem, wo der Kurs vor einem Jahr stand. Wenn wir uns das Ganze eben anschauen, auf All-Time-High-Sicht, dann sind wir beim Bitcoin 68,42% runtergegangen. Also lange noch keine 90% plus, wie das bei den ganzen anderen Projekten ist. Also auch im Gesamt-Kontext, finde ich, sieht man ganz gut, auch hier Rang 130. Bei Helium war das ähnlich. Die haben wirklich auch von den Rängen her, ja, was ja nach Marktkapitalisierung geht, haben die wirklich alle sehr, sehr stark eingebüßt. Die haben also mehr als der Gesamtmarkt verloren. Hier jetzt bei Chia ist es ungefähr, wie der gesamte Markt gelaufen ist, wenn wir Bitcoin mal so als den Benchmark sehen. Ja, aber bei den ganzen anderen Projekten war das mehr als das, was der Bitcoin jetzt in einem Jahr verloren hat. Von dem her haben die wirklich eine Menge verloren. Was wollen wir uns noch anschauen in diesem Video? Wir gucken mal, ob es sich eigentlich noch lohnt, hier in das Farming einzusteigen mit Chia. Und dazu gucken wir uns mal wieder hier diesen Chia-Kalkulator an, den wir uns auch die letzten Male immer mal wieder angeschaut hatten, als ich zu dem Thema eben noch sehr, sehr aktiv Videos gemacht habe. Und da haben wir jetzt wieder als Beispiel, weil das so sehr, sehr gut zu rechnen ist, haben wir ungefähr einen Terabyte. Ich weiß, eine 1 Terabyte Festplatte hat weniger als 1014 GB Speicher. Dementsprechend ist es sogar hier etwas mehr als ein Terabyte. Aber wir rechnen jetzt einfach mal mit den entsprechenden Werten. Und ich habe das hier für euch schon mal in dem Taschenrechner vorbereitet. Ich erkläre euch das jetzt hier aber nochmal anhand dieser Rechnung. Wir sind hier bei einem Terabyte bei 52 Cent Dollar Cent pro Monat, die wir hier verdienen würden. Und wenn wir das Ganze mal 12 nehmen, dann verdienen wir also im Jahr 6,24 Dollar. Und wenn wir 14 Dollar pro Terabyte annehmen, was aktuellen Terabyte ungefähr kostet, wenn wir jetzt relativ große Festplatten kaufen, was ja sowieso auch immer unser Ziel sein sollte, und das durch 6,24 teilen, dann kommen wir darauf, dass wir eben 2,243 Jahre benötigen, bis wir unsere Festplatte wieder raus haben. Ziehen wir davon die Stromkosten ab, brauchen wir wahrscheinlich eher, ja, nicht ganz doppelt so lange, aber ich denke mal so 3, 3,5 Jahre dürfte es schon dauern, bis wir unser Investment wieder haben. Wenn wir uns überlegen, wir müssen da noch eine ganze Maschine für laufen lassen, sieht es natürlich noch schlechter aus, aber wir können ja auch einen Raspberry Pi verwenden, oder wir können einen Mini-PC verwenden, den wir eh schon für irgendwas anderes verwenden, weil Chia Mining, beziehungsweise Farming ist ja nicht rechenintensiv, es geht ja hauptsächlich um den belegten Speicher. Dementsprechend können wir das auch auf schlechtere Hardware laufen lassen, wenn die Plots erstmal alle geschrieben sind, und von dem her schätze ich mal so 3,5 Jahre, bis wir aktuell unser Investment wieder haben. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Thema? Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, als ich mich mit der Materie beschäftigt habe, dass sich da doch so viel getan hat und in welche Richtung das Projekt eigentlich gegangen ist. Man könnte schon fast sagen, es ist der Versuch, ein grüner Ethereum-Konkurrent zu werden, wobei bei Ethereum ist es ja mittlerweile, so durch das POS sind die ja ähnlich energieeffizient. Ich glaube, da gibt es keine so mega großen Unterschiede, aber als Alternative dazu eben noch auf POW basierend, weil ja sehr, sehr viele das an Ethereum jetzt aktuell bemängeln, dass Ethereum kein POW mehr hat, dadurch so zentralisiert ist und Chia versucht eben gleichzeitig dezentral zu sein und grün zu sein und das mit einem POW-Algorithmus, der auf sehr energieeffizientes Farming setzt und das ist der Weg, den Chia eingeschlagen hat. Hätte ich selber nicht gedacht, bevor ich das hier gemacht habe, ich war also wirklich an der Stelle sehr, sehr positiv überrascht. Heißt für mich also, ich muss mich jetzt auch in Zukunft weiter mit dem Projekt befassen, weil ich die Idee an sich schon sehr, sehr gut finde und auch die Entwicklungsgeschwindigkeit sehr, sehr gut finde. Vor allem im Vergleich zu den anderen Projekten, die ich die letzten Wochen vorgestellt habe, war ich, wie gesagt, ein bisschen erstaunt darüber und dementsprechend auch trotz der aktuell relativ niedrigen Kurse kann man sich ja ein bisschen mehr mit dem Projekt nochmal befassen und vielleicht ist es ja sogar ein Investment Case, aber das habe ich für mich bisher noch nicht ausgemacht. Ja Leute, das war es heute mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir doch gerne noch eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren da. Was haltet ihr persönlich von Chia? Oder habt ihr das jetzt über die letzten Jahre seitdem nochmal weiterverfolgt? Also seid ihr sozusagen on board geblieben? Habt ihr jetzt vor, wieder einzusteigen oder euch mehr damit zu beschäftigen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch immer gerne, ob euch das Video gefallen hat und was für ein Projekt ich vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche für euch vorstellen soll, wo wir nochmal reinschauen und ich das Ganze ein bisschen für euch einordne, wie sich das Projekt so entwickelt hat. Ich freue mich über euer Feedback. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über euren Daumen nach oben für das Video. Danke an alle, die das immer so fleißig machen. Motiviert mich natürlich mehr in die Richtung zu machen. Ansonsten dürft ihr auch gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid, drückt auch gerne auf die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Verpasst auch nicht die Jumpcoin-Aktion. Und ansonsten würde ich sagen, einen schönen Samstag noch und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut Leute, bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal.